Etwa 10 Kilometer vom Flughafen Charme-El-Sheikh entfernt befindet sich das 5-Sterne-Hotel Swiss Hotel Charme-El-Sheikh. Das liegt in der zweiten Reihe vom Strand entfernt, aber wenn dies für Sie kein sehr wichtiger Faktor ist, dann kann man durchaus sagen, dass es sich um ein Hotel für Premium-Erholung nach Maßstäben von Charme-El-Sheikh handelt. Natürlich. Sind Sie bereit, es gemeinsam mit uns zu besichtigen? Lass uns anfangen. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir stellen Ihnen jede Woche neue Hotels und schöne Orte auf der ganzen Welt vor, damit es Ihnen leichter fällt, Ihren Traumurlaub zu planen. Für wen ist dieses Hotel geeignet? Dies ist ein ausgezeichnetes Hotel für Familienurlaub dank des Wasserparks. Für Erwachsene ohne Kinder ist es am besten, näher zur Lobby zu übernachten, da davon ausgegangen wird, dass die lauten Kinder tagsüber entweder Zeit im Wasserpark oder am Strand verbringen werden. Die Fahrt vom Flughafen dauert etwa 15 Minuten. In der Nähe des Hotels gibt es ein paar Geschäfte und eine Apotheke. Das Hotelgelände ist lang gestreckt und von zweistöckigen Gebäuden mit Swimmingpools und Wasserparks umgeben. Die Gebäude der Einkaufsgalerie und des Kinderclubs befinden sich hinter dem Wasserparkbereich. In der Lobby werden die Gäste mit Begrüßungsgetränken empfangen, bei der Registrierung mit Wartezeit in bequemen Stühlen und Sofas unterstützt. Sie erhalten einen Umschlag mit einer gedruckten Karte des Geländes und dem Konzept von All-Inclusive sowie ein stilvolles Armband um das Handgelenk. Es gibt eine rund um die Uhr geöffnete Lobbybar, in der Premium Alkoholika serviert werden. Auf dem Gelände erwartet Sie eine große Barzone auf der offenen Terrasse, gegenüber der eine Bühne steht, auf der abendliche Unterhaltung stattfindet. Das Fitnessstudio befindet sich im Spa-Bereich. Es ist ein kleiner, hell erleuchteter Raum mit riesigen Panoramafenstern. Alle Geräte im Fitnessstudio stammen von der Firma Techno Gym. Es öffnet um 9 Uhr morgens und schließt um 18 Uhr abends. Die Verpflegung im Hotel erfolgt nach dem Konzept Ultra All-Inclusive. Die Hauptmahlzeiten der Gäste werden im Hauptrestaurant eingenommen. Frühstück, Mittag- und Abendessen werden in Buffetform serviert. Standardmäßig gibt es zum Frühstück eine Station für Eierspeisen sowie frisch gepresste Säfte. Zum Mittag- und Abendessen gibt es eine Station für Pasta-Gerichte. Außerdem werden für die Gäste am Grill Garnelen Lachs- und Fleischgerichte zubereitet. Die Kellner servieren Getränke am Tisch, ein schließlich Premium-Alkohol aus der Lobbybar. Während des Mittag- und Abendessens erklingt Live-Musik im Saal. Im Allgemeinen sollte nach dem Konzept des Hotels Premium-Alkohol nur gegen Aufpreis erhältlich sein. Anscheinend wird derzeit im Hotel kostenlos eingeschenkt. Auf dem Gelände des Wasserparks gibt es einen großen Foodcourt mit einer großen Terrace. Auf dem Gelände des Hotels befinden sichtweise Außenpools und ein Bereich des Wasserparks. Der Hauptpool ist der Hauptkomplex der Pools, der direkt hinter der Bühne beginnt und mit einem kleinen Wasserfall nach oben führt. Die durchschnittliche Tiefe dieses Pools beträgt 150 Zentimeter. Neben dem Pool befindet sich eine Poolbar, an der was schiedene Getränke bestellt werden können. Der Relaxpool befindet sich etwas abseits des Hauptpoolkomplexes und hat eine Tiefe von 110 Zentimetern. Der große Wasserparkbereich befindet sich hinter dem Relaxpool. Hier finden Sie eine große Auswahl an verschiedenen Wasserrutschen und Attraktionen für Gäste jeden Alters. Wobei für ältere Gäste ein Bereich mit schnellen Rutschen vorhanden ist. Es gibt auch einen Pool mit künstlicher Welle im Wasserparkbereich. Der private Sandstrand erstreckt sich über mehrere Ebenen nach oben. Der Weg zum Strand dauert fünf Minuten mit dem Buggy oder zehn Minuten zu Fuß über die Straße und das Gelände des Swiss Hotel Charme Elshake 18+. Von den oberen Ebenen aus haben Sie einen Blick auf das Meer und die benachbarten Strände. Der Strand selbst ist nicht sehr breit, etwa 60 Meter breit. Der Zugang zum Wasser ist Tailways-efest und dann eine Kunststoffplattform. Es besteht die Möglichkeit, rechts vom Strand aus mit einem sanften, sandigen Einstieg ins Wasser zu gelangen. Aber das liegt bereits etwas außerhalb des Strandgeländes. Die Infrastruktur des Strandes ist beeindruckend. Hier gibt es eine gute Strandbar unter einem Vordach, in der derzeit Premium-Alkoholiker ausgeschenkt werden und alkoholfreie Getränke in Dosen serviert werden. Zum Liegestuhl werden Eimer mit Eis und Wasser in Plastikflaschen gebracht. Gegenüber der Barzone befindet sich eine Bühne und ein Tanzbereich ebenfalls unter einem Vordach. Tagsüber legt hier ein DJ auf. Kinder werden im Hotel einen Miniclub angeboten, der sich am weitesten entfernten Teil des Geländes hinter dem Wasserpark befindet. Ein Kinderbecken ohne Überdachung mit einer Tiefe von 50 Zentimetern, das sich im Hauptpoolkomplex befindet. Und ein Kinderwasserpark mit Bereichen für Kinder von vier bis acht Jahren und für die kleinsten bis fünf Jahre. Im Zimmer ist alles ziemlich standardmäßig. Es gibt einen Safe, einen T-Set, der täglich aufgefüllt wird. Eine Minibar, Bademäntel und Hausschuhe. Als Minuspunkte des Hotels würden wir die unerwartet riesige Anlage hervorheben. Es ist sehr lang gestreckt und es ist sehr weit, einfach vom Wasserparkbereich bis zur Lobby zu laufen. Außerdem haben wir zuvor erwähnt, dass es sich um die zweite Reihe zum Meer handelt. Für viele Touristen ist dies ein entscheidender Faktor, für den sie bereit sind, ein einfacheres Hotel näher am Meer zu wählen. Obwohl dies in unserem Fall kein so großes Problem ist, wenn man es gegen das Hotelniveau aufwiegt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Februar 2024 befand sich das Hotel noch im Eröffnungsprozess. Noch nicht alles funktioniert. Im Hotel gibt es nur ein à la carte Restaurant. Außerdem haben wir das Gefühl, dass es im Hauptrestaurant, wenn das Hotel voll belegt ist, etwas eng sein könnte. Über den Kinderbecken gibt es keine Überdachungen und es könnte sein, dass es nicht genug Pools gibt, wenn das Hotel zu 100 Prozent ausgelastet ist. Aber es gibt zweifellos Pluspunkte des Hotels. Die Lage in der zweiten Reihe wird durch die leistungsstarke Infrastruktur des Wasserparks ausgeglichen, der für Kinder jeden Alters geeignet ist, da es hier Rutschen von den Kleinsten bis zu den Schnellen und Extremen gibt. Hervorragendes Internet und das ist für Ägypten ein erheblicher Pluspunkt. In den Bars und am Strand werden gute alkoholische Getränke ausgeschenkt. Tolle Zimmer mit Ausstattung und Möbeln in warmen, angesehenen Farbtönen, ebenerdiges Gelände ohne kaskadenartige Höhenunterschiede und eine großartige Strandinfrastruktur, die aufgrund von Renovierungsarbeiten derzeit leider noch nicht vollständig genutzt werden kann. Nun, wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub. Abonnieren Sie unseren Kanal und teilen Sie dieses Video mit Ihren Freunden. Wir veröffentlichen jede Woche Bewertungen neuer Hotels. Untertitelung des ZDF, 2020